Have fun! Hier ist Abraham zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich spiel gerade den DLC Dawn of Ragnarök und ich werde jetzt für euch einen Raubzug an einen unentdeckten Ort verüben und dann im Nachgang werde ich euch sagen, wie dieser Ort heißt. Hier darf mich niemand sehen. Geist sie in Stücke! Geist sie in Stücke! Los, stirb anständig! Geist sie! Ja! 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 Los, hilf mir mal! Schau mal, fette Beute! Err, schau mal, fette Beute! Err, schau mal, fette Beute! Err, schau mal, fette Beute! Gemeinsam mit ihr Stärker! Das war's. Das war's für heute. 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 Viel Spaß noch. Das war's für heute.